Frankreich macht gegen Preußen mobil. Bis bald hat es geschafft. Er will diesen Krieg. Deine Mutter ist auch Deutsche. Willst deine Cousins totschießen? Preußen! Die Preußen! Charge! Meine Tochter hat ihren Mann verloren als Freigreich, das Elterns verloren hat. Louis-Napoleon ist Gefangener seiner Majestät des Königs von Preußen. Wir sind Deutsche, Mamon. Und zwar seit 35 Jahren. Und? Fangen wir dabei wirklich so schlecht? Sie verabscheut mich. Sie verabscheut meinen Vater und alles, was mit Deutschland zu tun hat. Ich ertrage diese Situation nicht mehr. Das ist nicht mehr unser Krieg. Du musst desertieren. Ich finde, dass man diese deutschsprachigen Zeitungen verbieten müsste. Das Sonderbare ist, dass sie trotzdem nicht wieder zu Deutschland zurück wollen. Diese Elsässer! Willkommen, liebe Mitbürger in Großdeutschland! Einmal da raus! Ein! Wollen Sie mir die Dame nicht vorstehen? Mathilde! Nehm ich an! Ich kenne Ihre Methoden, Richard. Hat sie ausgesagt? Noch nicht, aber ich kann Sie beruhigen. Sie wird reden. Hier redet jeder. Am Ende. Das hier, das ist ein richtiger Beichtstuhl! Das hier, das ist ein richtiger Beichtstuhl! Ist mehr jobbar! Vielen Dank.